Moin, wir sind Daniel und Jana von Reishunger und wir erzählen euch heute was über Reis. Der so ein bisschen eine Mogelpackung ist. Genau, weil Wildreis ist gar kein Reis, sondern Wildreis zählt zu den Gräsern. Wir haben aber einen besonders schönen Wildreis, muss ich sagen. Also wenn man sich ein bisschen mit Wildreis auseinandergesetzt hat, wir haben den längsten. Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes, langes Korn, sehr, sehr geschmacksintensiv. Ein bisschen teiger, also hat so eine feine Teenote und wird gerne auch gemixt mit anderen Reissorten. Der Klassiker ist da ein Mix mit Basmati-Reis. Genau, 80 zu 20 wird das gemischt, also 80% Basmati, 20% Wildreis, fast perfekt dafür. Kann man aber auch einzeln nehmen, aber würde ich jetzt nicht in so großen Portionen, also ich würde mir jetzt nicht 200 Gramm Wildreis auf den Teller hauen. Und für Sportler super interessant, das ist der Reis mit dem höchsten Proteinanteil. Also gerne mal ein Löffelchen mehr nehmen. ARD Text und Text im Auftrag von Funk